Hallo Anhänger des Spielkults! Bevor ihr in den nächsten Tagen bzw. Wochen vergeblich auf neue Reviews oder Weeklys wartet, an dieser Stelle kurz der Hinweis, dass wir uns von nun an erst einmal in der Sommerpause befinden. Neue Rezensionen auf der Webseite und neue Videos auf unserem Kanal gibt es dann ab Mitte, Ende August. Wann genau es weitergeht, erfahrt ihr auf unseren Seiten der Social Media Plattformen Facebook, Exxon, Insta und natürlich auf unserer Webseite. Alle Spielkultisten wünschen euch ebenso schöne und hoffentlich sonnige Sommertage. Bis bald in verspielter Frische!